Das muss doch irgendwie zu organisieren sein. Ein Wochenende würde reichen. Ja, ich glaube nicht nur ein Wochenende. Zwei Wochenende, der Treffung ist noch viel härter. Die Leute wissen teilweise gar nicht, was sie machen sollen. Und die Politiker und die Einnahmen, die Verluste von den Stadtkasten und so, da müssen wir auch mal bedenken. Lasst uns doch mal ein bis zwei Wochenende alle mal an einem Strang ziehen und sagen, lasst die Kneipen und Diskotheken alles zu, damit die hohen Herren da oben mal sehen, was läuft. Ja!